Ein weiterer Absturz? Doch nicht etwa wir! Ihr beiden seid doch Horb und O'Keefe! Wir sind pleite, arbeitslos und stecken bis zum Hals in der Scheiße. Allein dein Wagen kostet dich mehr, als ich meiner Ex-Frau zahlen muss. Zehn Prozent von was? Von der Million Dollar. Ich werde dir wahrscheinlich helfen! Aber es ist mit Sicherheit eine lausig schlechte Idee! Ich wusste, dass es keine gute Idee ist. Wie konnte ich mich überreden lassen? Erst hast du mich überredet, Stuntman zu spielen und ich habe mir die Knochen gebrochen, dann sollte ich Schauspieler werden und wurde gefeuert. Jetzt willst du mich dazu überreden, Privatdetektiv zu sein und ich werde dabei drauf gehen! Ich sehe sie, jetzt links vor uns! Sie sind dicht hinter uns! Siehst du, das ist der Beweis! Es ist definitiv keine gute Idee! Wir wurden gefeuert, verleumdet, einer von einem Wagen überfahren, belogen, für Dummverkauf, bei einem Zusammenschluss fast getötet, verdroschen, beschossen, angeschossen, verletzt, von der Polizei in die Luft gejagt und schließlich ins Meer geworfen! Nein! Es ist keine gute Idee! Legituliere Untertitelung des ZDF für funk, 2017